Und dann haben wir noch dieses Thema Formel 1 in der Krise. Ich weiß nicht, hast du dir das angeschaut? Ja, das ist schwierige Geschichte. Ich sehe keine Krise. Die Formel 1 ist besser als je zuvor. Hibst du auf? Reden wir gleich quasi und Record drüber. Gerade mal 1,9 Millionen Menschen haben den Saisonauftakt der Formel 1 2024 in Bahrain im Free-TV bei RTL gesehen. Dazu weitere 431.000 Zuschauer bei Sky im Pay-TV. Zum Vergleich, beim legendären WM-Finale in Charest 1997, als Michael Schumacher Jacques Villeneuve abgeschossen und den Titel verloren hat, waren mehr als 15 Millionen Zuschauer live dabei. Die TV-Zahlen sind aber nicht nur in Deutschland, sondern weltweit rückläufig. Während die Zuschauerzahlen vor Ort boomen und immer mehr Tickets verkauft werden, scheint das TV-Publikum zu schrumpfen. Warum ist das so? Das wollte ich von unserem Formel-1-Experten Marc Surer wissen und habe mit ihm besprochen, wie die Formel 1 in Zukunft wieder attraktiver werden könnte. Soweit wir wissen, sind die TV-Quoten weltweit, vor allem im Vergleich zu dieser Mega-Saison 2021, aktuell dabei, sich so ein bisschen nach unten zu korrigieren. Du kommentierst ja für das Schweizer Fernsehen. Wie sind eure Quoten in der Schweiz aktuell? Die haben auch ein bisschen nachgelassen, weil ganz einfach die Dominanz von Max Verstappen ist jetzt vor allem im zweiten Jahr ein bisschen ermüdend geworden. Und natürlich bei uns in der Schweiz ist ja immer das Sauber-Team halt das, was die Leute vor den Fernseher holt oder eben nicht. Und deswegen muss ich sagen, ja, auch bei uns ist es jetzt nicht so, dass eine Euphorie herrscht. Aber wir haben sehr konstante und zuverlässige Zuschauer. Das heißt, es schwankt bei uns eigentlich sehr wenig. Jetzt hast du gerade die Dominanz von Max Verstappen angesprochen. Es gab ja in der Formel 1 diese lange, lange Jahre Dominanz von Mercedes. Jetzt sind wir gerade mittendrin offensichtlich in einer Red Bull-Ära, die auch noch nicht vor dem Ende steht. Dominanzen grundsätzlich in der Formel 1 immer gegeben. Wenn ich zurückdenke, zum Beispiel an die 90er Jahre, da war erst McLaren stark am Anfang, dann Williams ein paar Jahre, dann kam wieder McLaren auf, dann irgendwann Ferrari. Der große Unterschied ist, irgendwie scheinen diese Dominanzperioden länger zu werden. Ist das einfach Zufall oder hast du dafür eine Erklärung? Für mich ist die Erklärung, dass das Reglement so eng gestrickt ist, dass du gar nicht mehr Möglichkeiten hast, was anderes zu machen. Das heißt, du musst im Prinzip dann das Auto kopieren, das am schnellsten ist. Und da kannst du ja nur so gut sein, oder du bist dann immer zweite Wahl, du kannst ja nicht eine Kopie besser machen als das Original, das ist schwierig. Also wenn das Reglement mehr Freiheiten lassen würde, dann könnte einer nach Hause gehen und sagen, so jetzt gehe ich in den Windkanal, jetzt müssen wir irgendwas finden. Aber jetzt können sie eigentlich nur noch kopieren, weil alles so eingegrenzt ist. Es gibt ja auch diese Handicap-Regel in der Formel 1, dass der Weltmeister war, ich breche das ein bisschen runter und vereinfache das, darf weniger im Windkanal testen, als zum Beispiel der WM 10., der der Letzte war. Müsste man diese Handicap-Regel vielleicht auch noch weiter anziehen oder ist es eher so, wie du gerade gesagt hast, Leute, weg mit diesen Regeln, lass es uns freier gestalten. Wie, ich glaube, Adrian Newe hat das mal gesagt, oder Auto muss in eine Box passen und alles andere baut ihr bitte selbst. Ja, also ich finde schon eben diese Einschränkung, auch da ist natürlich, der Windkanal hilft ja den hinteren nicht wirklich so viel weiter, weil sie ja nichts Neues ausprobieren können. Sie kopieren ja auch die schnellen Autos und kommen dann näher. Das heisst, wir haben ein brutal enges Feld jetzt, aber was bringt das? Es bringt trotzdem keine Positionen, sondern das Feld rückt einfach zusammen. Würde man mehr Freiheiten geben, dass die, die jetzt im hinteren Teil des Feldes mehr Windkanalstunden nutzen können, für neue Dinge auszuprobieren, neue Ideen auszuprobieren, dann könnte es Überraschungen geben. Im Moment fehlen die. Und im Moment ist es einfach so, wer schon mal ein gutes Auto hat, kann natürlich mit den wenigen Stunden, die jetzt ein Red Bull dann noch im Windkanal kann, können sie alles optimieren. Und sie haben ja eigentlich ihr Auto perfekt optimiert. Das heisst, sie haben genau auf die Kühlung hauptsächlich Wert gelegt und haben die Windkanalstunden dafür verwendet. Sie mussten ja nicht ein neues Auto konstruieren, sondern sie haben einen Schritt gemacht, was die Kühlung angeht. Und dadurch ist das Auto schneller geworden. Also ich denke, das enge Reglement ist das Grundübel. Es sind ja auch die Zeitabstände wahnsinnig eng. Also vielleicht kurzen Ausflug. Ich habe gerade kürzlich wieder einen der besten Grand Prix gesehen. Das war irgendwas Ende der 80er Jahre, ich glaube Mexiko. Oder so. Und wenn du dir da die Startaufstellung anschaust, dann ist ja teilweise der vierte, fünfte schon zwei Sekunden hinten gewesen. Also so gesehen sind die Abstände heute ja unglaublich spannend. Und trotzdem haben wir subjektiv das Gefühl, weil es auch so ist, der Verstappen gewinnt alles und das ist so langweilig wie noch nie. Da ist irgendwie eine Schere in dieser Frage. Richtig, richtig. Aber vielleicht nochmal, diese Winkanal-Regel ist ja gut. Aber wenn du wenig Möglichkeiten hast, etwas Neues zu bringen, dann nützen sie eigentlich den hinteren Teams auch nicht so viel. Und die Vorderen haben eigentlich den Vorteil, dass auch die direkte Konkurrenz dahinter, ob die jetzt ein paar Stunden mehr im Winkanal dürfen oder nicht, auch nicht den großen Schritt machen können. Das heisst, alle vorne sind ein bisschen eingebremst und die hinteren können eigentlich nur kopieren. Und ich denke einfach, mehr Freiheiten würde Überraschungen geben. Natürlich würde es dann vielleicht irgendjemand schaffen, wie der Alabron, dass das allen davonfährt, mit einem Trick oder mit einer Lösung, die keiner damit gerechnet hat. Aber lass uns doch solche Überraschungen gefallen, weil das wird ja ein bisschen durcheinander werbeln. Jetzt haben wir 2024 erstmals 24 Grands Prix. Wenn man die Sprints mitzählt, sind es 30 Formel-1-Rennen. In diesem Jahr geht teilweise auch ein bisschen schon auf Kosten des Personals der Teams. Glaubst du, dass Liberty im Zuge dessen, die Formel 1 so gut wie möglich zu melken, also die Q-Formel 1 und ich meine das finanziell, so gut wie möglich zu melken, dass man vielleicht den Bogen ein bisschen überzogen hat inzwischen und auch erste Sättigungseffekte eintreten beim Publikum? Ja, natürlich haben sie sehr interessante neue Rennen, muss man auch zugeben. Also das Las Vegas war ein voller Erfolg. Und ich denke, dass sie halt den Moment der Boom nutzen müssen, um Fuß zu fassen, auch in anderen Ländern. Aber ja, ich finde auch, ich merke das ja immer bei den Zuschauern, wenn ich sage, am Wochenende muss ich kommentieren, wenn wir irgendwann eine Veranstaltung machen wollten, dann sagen wir, ah, wo ist das Rennen? Früher wussten die Leute immer genau, wo die Rennen sind, aber bei 24 geht das irgendwie verloren. Oder gestern hat mir einer angerufen und hat gesagt, wann wird denn das Rennen übertragen? Dann sage ich, das ist heute Morgen um 5 Uhr gelaufen. Also es sind einfach, die Leute verlieren den Faden. Ja, und ich denke, das hat die NASCAR das Problem gehabt. Ich glaube, die hatten irgendwann mal 38 Rennen, wenn ich den richtigen Kopf habe. Und hatten sogar mit zwei Teams gearbeitet. Ja, dass das eine Team schon beim nächsten Rennen war und das andere Team dann zum übernächsten fuhr. Also so haben die gearbeitet in der Poolzeit und das Ganze ist eingebrochen. Irgendwann hat sich die Leute nicht mehr interessiert, weil wenn jedes Wochenende ein Rennen läuft, dann ermüdest du und dann macht es auch nichts, wenn du eins nicht mehr anschaust. Und ich glaube, das könnte der Fall sein. Findet ihr auch, dass eine Formel 1 Saison 2024 mit 24 Grands Prix und sechs Sprints einfach ein bisschen zu viel ist? Schreibt es uns jetzt in die Kommentare. Und wenn ihr schon mal dort seid, ist auch der Like-Button gar nicht weit weg. Aber jetzt erst mal weiter im Interview mit Marc Sura. Jetzt gab es vor einem Jahr ungefähr Gerüchte, dass Aramco, der saudi-arabische Mineralölkonzern, die Formel 1 kaufen könnte. Da wurde berichtet von angeblichem 20 Milliarden Dollar Kaufpreis. Und der Vier-Präsident Mohammed bin Sulaim hat dann heiß diskutierte Tweets abgesetzt, wo er gesagt hat, sinngemäß, ich verkürze es jetzt ein bisschen und spitze es zu, das ist vielleicht keine gute Idee, wenn das gemacht wird. Weil wenn jemand so viel Geld in die Formel 1 investiert, muss er auch sehr, sehr viel Geld rausziehen, damit er einen Return on Investment kriegt. Glaubst du, dass es eine gute Idee war, dass die Formel 1 überhaupt erst mal an die Börse gegangen ist, wodurch dieser finanzielle Druck so hoch geworden ist, was vielleicht für die Fans auch nicht gut ist, weil die müssen sie ja letztendlich zahlen mit Pay-TV, mit überteuerten Tickets und so weiter. Ja, ich habe das nie gut gefunden, dass man an die Börse gegangen ist, weil es sollte doch so sein, dass man, klar, man will Geld machen, die Teams profitieren ja davon, die Teams machen richtig Kohle, die Top-Teams zumindest, aber der ganze Sport leider liegt darunter, wenn man Geld rausquetschen muss. Und das wird man erst dann spüren, wenn jetzt die Zuschauerzahlen noch mehr zurückgehen würden. Jetzt haben die Zuschauer an der Strecke in Melbourne gab es wieder einen neuen Rekord. Also es ist nicht so, dass da ein Rückgang vorhanden ist, bei den Zuschauerzahlen am Fernsehen, sicherlich durch Pay-TV, aber grundsätzlich ist es eine gefährliche Situation, weil man rechnet jetzt damit, dass es jedes Jahr mehr wird. Und das wird es nicht. Das kann eigentlich nicht sein. Es wird sich wieder ein bisschen normalisieren. Und jetzt immer mehr Rennen bringt immer mehr Geld. Auch das wird irgendwann abflachen. Jetzt ist, glaube ich, einhellige Meinung im Formel 1 Paddock, dass Liberty Media, der rechte Inhaber, der da 2016, 17 eingestiegen ist, sehr viel besser macht als Bernie Ecclestone. Aber umgekehrt gefragt, gibt es auch Dinge, wo du sagst, die waren in der Ecclestone-Ära besser als jetzt? Ja, es war halt ein bisschen überschaubar. Und der Bernie hat ja viel riskiert, auch mit neuen Märkten. Wenn er neue Rennen organisiert hat, dann hat er draufgelegt. Das war ja nicht so, dass die Formel 1 jetzt überall, wie jetzt im Moment, wollen ja alle die Formel 1. Aber damals war natürlich die Formel 1 in vielen Ländern nicht so populär. und er hat sich richtig bemüht, dass man da irgendwie Fuss fasst. Malaysia zum Beispiel oder China, dass man endlich in China eine Rennstrecke hatte und in China Formel 1 fahren konnte. Das sind Bernys Verdienste. Da hat er wirklich Großartiges geleistet, weil die haben nicht nach Formel 1 geschrien, sondern er hat das angeboten und hat auch denen geholfen, eine Strecke zu bauen und, und, und. Also das sind schon Dinge, wo man sagen kann, der Bernie hat die Formel 1 weltweit eben, also weltweit praktisch präsentiert und hat dabei oft Geld verloren. Bernie Ecclestone hat ja auch selten Berührungsängste mit Skandalen gehabt in der Formel 1, getreu seinem Mantra, jeder Headline ist eine Headline, egal ob gut oder schlecht. Und das interessieren sich erstmal die Leute für die Formel 1. Jetzt gibt es aktuell auch Skandale oder Affären in der Formel 1, die eine um Christian Horner, den Teamchef und die Vorwürfe, die ihm eine Mitarbeiterin gemacht hat, die andere für ihr Präsident Mohamed Bin Sulaim, den wir angesprochen haben, der freigesprochen wurde von zwei Compliance-Untersuchungen, auf die wir jetzt im Detail gar nicht eingehen wollen. Wie siehst du das? Glaubst du, dass das Image der Formel 1, dass das Interesse an der Formel 1 zurückgeht wegen solcher Geschichten oder dass vielleicht sogar der gegenteilige Effekt eintritt und Leute sich es gerade deswegen auch anschauen? Also jetzt der Fall Horner ist sicherlich sowas von populär in England, dass es der Formel 1 sogar hilft. Aber das sind eher die Ausnahmen. Ich denke nicht, dass diese Skandale das Wichtigste sein sollten in der Formel 1. Aber Skandale hat es schon immer gegeben, da gab es Disqualifikationen, weil etwas illegal war am Auto. Das haben wir eigentlich jetzt nie mehr gehabt oder schon lange nicht mehr gehabt und jetzt sind es halt eher die Personen. Aber ja, wenn die Formel 1 halt in die Tageszeitungen kommt, das hilft der Formel 1. Also wenn es auch negativ ist, aber trotzdem spricht man halt über die Formel 1. Kann ich ein Praxisbeispiel erzählen? Meine Mutter hat sich Saudi-Arabien auch angeschaut, weil sie sehen wollte, ob Clary Elewell wieder dabei ist. Wir wollen jetzt gar nicht groß und tief in die Horner-Affäre eintauchen, Marc, aber hast du irgendeine Meinung zu dem Thema oder lässt sich das kalt von dir ab und lässt sich das kalt? Nein, ich denke einfach, heutzutage ist es ein Wahnsinn, dass praktisch jemand, eine Sekretärin oder was auch immer, sagen kann, sie ist belästigt worden und ihren Chef loswerden. Das ist heute möglich. Und egal, ich will jetzt nicht beurteilen, ob sie recht hat, wahrscheinlich hat sie recht, aber dass das überhaupt möglich ist heutzutage, das macht mir Angst. Das ist ja Wahnsinn. Das heisst, wenn du jetzt irgendeiner bist und willst deinen Chef loswerden, dann gehst du zu der Sekretärin und sagst, hat er dich mal belästigt oder du weisst, sie hat ein Verhältnis mit ihm und ist das gegen deinen Willen geschehen. Wenn du das aussagst, dann hast du einen Job auf Lebzeiten. Also man könnte diese Situation jetzt nutzen, um einen Chef loszuwerden. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht beurteilen, was da beim Horner genau war, aber grundsätzlich, dass das möglich ist, das macht mir Angst. Wir schliessen diese Klammer und kommen wieder zurück zur Formel 1 und rückgehenden, rückläufigen Zuschauerzahlen. Viele sagen ja immer, früher war alles besser. Du auch? Nein, nein. Das auf keinen Fall. Also man muss immer wieder mal sagen, die Formel 1 ist so populär wie noch nie und die Formel 1 ist so sicher wie noch nie. Das haben wir jetzt auch wieder beim Rasselunfall gesehen. Es ist einfach toll, dass man so Unfälle sieht und dann sagt, okay, der steigt aus, kein Problem. Und das war nicht immer so. Und dieses ungute Gefühl, das man damals auch beim Kommentieren hatte, wenn einer gecrasht ist, das ist weg. Das ist einfach toll. Also ich finde, nein, die Formel 1 ist besser denn je. Es gibt sehr viele Rennen inzwischen. Darüber haben wir schon gesprochen. Es gibt vor allem auch sehr viele Stadtkurse, die neu dazugekommen sind. Las Vegas ist sicher ein Highlight. Du hast es vorhin schon angesprochen. Aus Sicht der Fans ein guter Weg oder haben dir die klassischen Rennstrecken besser gefallen? Eigentlich gehört eine Formel 1 jetzt vor allem durch die Aerodynamik schon eher auf der klassischen Rennstrecke. Aber die Mischung macht es. So ein Stadtkurs war früher ja so, dass man die Stadtkursen nicht überholen konnte. Heute baut man ja, da baut man Tilke, muss man sagen, Stadtkurse, wo man auch überholen kann. Und das ist fantastisch. Also wir haben jetzt eigentlich keine Einbuße mehr. Also wir erinnern uns immer noch an Monaco. Ein Stadtkurs, wo man kaum überholen konnte. Ich kann mich an Detroit erinnern, wo ich da mitgefahren bin. Das war fast unmöglich, da an jemandem vorbeizukommen. Das hat sich inzwischen gebessert. Das heisst, die Stadtkurse sind flüssig geworden, haben längere Geraden bekommen und somit kann man auch überholen. Also ja, Stadtkurse sind nicht schlecht, aber die Mischung macht es, weil ein Suzuka ist von keinem Stadtkurs zu überbieten. PTV, auch so ein neues Thema in der Formel 1 in der Schweiz und in Österreich sind wir auf der Insel der Seeling. Was das betrifft, da läuft es auch noch im Free TV in Deutschland. Gibt es nur noch sieben Rennen bei RTL zu sehen. Für alle anderen muss man zahlen, zumindest wenn man sie legal sehen möchte. Macht die Formel 1 da alles richtig, weil man mit PTV ganz gutes Geld verdienen kann oder ist es auch mit einem Risiko verbunden? Es ist definitiv mit einem Risiko verbunden. Also ich bin froh, dass RTL in Deutschland wieder was macht, weil wenn da nur 700.000 Zuschauer ein Rennen schauen in Deutschland, das tut weh. Wenn man weiss, dass es früher zehnmal mehr waren, als Schumacher noch früher. Klar, das war Schumacher, den Boom haben wir jetzt dafür in Holland. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es falsch ist, auf PTV zu setzen, weil dann auch für die Sponsoren, wenn wenige Zuschauer zuschauen, die auch die Sponsoren weniger davon haben. Man müsste da eine Mischung machen, eben das, wie sie es jetzt in Deutschland machen, ich glaube so, mit dem Kompromiss kann man leben, dass einige Rennen im Free-TV sind, aber dass es nur im Pay-TV ist, wie zum Beispiel hier in Spanien, das ist einfach schlecht. Jetzt gibt es 2026 einen Bruch in der Formel 1, insofern, als dann ein neues Concord Agreement eingeführt wird und auch ein neues Reglement. Wenn ich dich jetzt frage mag, was wäre die eine Sache, die du ändern würdest, wenn du könntest? Fällt dir da was ein? Ich würde die Maximalzahl der Rennen festschreiben und jeder, der neu dazukommt, dafür muss halt ein anderes Mal pausieren, das heißt, abwechslungsweise fahren, dass man nicht jedes Rennen einfach jetzt einen Fünf-Jahres-Vertrag macht und man fährt fünf Jahre auf der Strecke, sondern dass es da keine Garantie mehr gibt, sondern man sagt, man kommt vielleicht nur jedes zweite Jahr, so wie das früher in Deutschland war, mit Hockenheim und Nürburgring. Das fand ich eigentlich immer eine gute Lösung. Und das andere ist, unbedingt... Entschuldigung, da muss ich eine Nachfrage stellen, bevor du zu deinem zweiten Thema kommst. Was wäre die Zahl der Rennen? Ich würde sagen, 22 haben wir jetzt gesehen, ist vertretbar. Ich finde, 24 ist definitiv zu viel. Früher waren es mal 16 Rennen, vielleicht ein bisschen zu wenig, weil wir jetzt einfach neue Märkte haben. Aber so um die 20 Rennen rum würde ich als ideal empfinden. Dann freut man sich auch immer aufs nächste Rennen. Dann gibt es auch alle 14 Tage ein Rennen und eine Winterpause. Das würde einen idealen Rhythmus machen. So, und jetzt die zweite Sache, die du noch loswerden wolltest? Unbedingt zwölf Teams. Weil jetzt am Wochenende fahren schlussendlich wieder nur noch 15 Autos im Rennen. Und ich finde einfach, für die jungen Fahrer, die da alle an der Box stehen, Formel 2, Europameister, die an der Box rumstehen, Mick Schumacher, gehörte auch dazu, das kann nicht sein. Das heisst, wenn es mehr Teams gibt, gibt es auch mehr Plätze für die Fahrer und dann kannst du eben einen Fahrer in ein kleines Team setzen. So wie das Ferrari vielleicht mit Haas machen wird oder Mercedes mit Williams gemacht hat. Diese Möglichkeit würde dann erweitert werden. Und dass die jetzt natürlich das Geld alleine abkassieren wollen, verstehe ich einerseits. aber das ist kurzfristiges Denken. Ich denke, langfristig müssen sie mehr Möglichkeiten schaffen. Und es ist eine Schande, dass Andretti da nicht mitfahren darf. Das würde Amerika sicherlich motivieren. Jetzt haben wir einen Fahrer, einen amerikanischen Fahrer, der hinterher fährt. Wenn aber ein Andretti dabei wäre als Team, die würden auch nicht gleich vorne fahren. Aber trotzdem, es wäre halt wieder ein Punkt, der der Formel 1 helfen wird, langfristig. Ich glaube, was die Teamchefs jetzt machen, dass sie sich da wehren, ist einfach okay, in die eigene Tasche das Geld stecken. Und das Weite ist kurzfristiges Denken. Das fällt mir gerade ein, das wäre ja auch eine Chance, weil du vorhin Verstappen angesprochen hast, die Holländer spielen sehr viel Geld in die Kasse der Formel 1, wenn sie zu allen Rennen in Europa gefühlt fahren. Wenn du natürlich 24 Plätze hast, hast du mehr Plätze für Fahrer aus verschiedenen Nationen und vielleicht auch die Chance, Märkte zu aktivieren mit Local Heroes, die man sonst nicht aktivieren könnte. Die Schlussfrage, Marc, wenn ich dich jetzt frage, was war die geilste Zeit in der Formel 1, wenn du so zurückblickst, was wäre es gewesen? Ich sage jetzt mal die 90er Jahre. Ganz einfach, da bist du an die Strecke gekommen und hast von Weitem die Motoren gehört. Diese V10, das war einfach ein Sound. Es gab auch unterschiedliche Motoren, also unterschiedliche Marken, aber grundsätzlich war das einfach irgendwie ausgeglichener, hatte ich das Gefühl. Und der Sound, den haben wir verloren und das finde ich sehr, sehr schade. Also, weil das einfach einen Teil der Formel 1 ausgemacht hat. Oft habe ich noch gesagt, auch sogar von Frauen, die gesagt, ja, ich habe Gänsehaut bekommen, wenn ich da, wenn so ein Formel 1 gehört habe. und das ist weg. Und heute sind die Formel 3 lauter wie die Formel 1. Das finde ich schade. Deswegen finde ich die 50er Jahre, äh, die 90er Jahre, die 90er Jahre waren definitiv für mich die beste Zeit vom technischen Reglement her, von der Ausgeglichenheit her. Natürlich eben, es gab immer ein Leader-Team, aber der Sound hat einfach vieles wettgemacht. Jetzt muss ich dich noch was fragen. Warst du eigentlich zum ersten Mal bei der Formel 1 als Fahrer schon oder warst du da auch mal als Fan, als Jugendlicher oder so? Und wenn ja, kannst du dich daran erinnern? Ich war einmal am Nürburgring im Training, habe ich zugeschaut, da war ich aber schon Formel 3 Fahrer, bin ich zum Training hingegangen und dann halt das nächste Rennen, wo ich das ganze Rennen gesehen habe, war in Österreich, auf dem Zeltweg, wo ich Formel 3 fuhr im Rahmenprogramm und dann anschließend das Rennen angeschaut habe. Ich glaube, Ronny Patterson hat da gewonnen. Nein, ich bin nie als Fan zur Formel 1 gegangen. Wann wart ihr eigentlich zum ersten Mal live bei einem Formel 1 Rennen? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn ihr 2024 mal vorhabt, an die Rennstrecke zu gehen, dann braucht ihr sicher noch ein paar Fanartikel, um auf der Tribüne dann auch wirklich gut auszusehen, vielleicht ein bisschen besser als ich. Fanartikel, die findet ihr in unserem Shop unter fanshop.formel1.de